Ja, Rolim kommt nicht an den Ball. Und wieder das schnelle Spiel über Ibritschic. Eigentor. Au, ist das bitter. Eigentor von David Rosenhal, aber ich denke mal, da konnte er auch nichts dazu. Der Ball zielt ihm einfach vor den Fuß. Rosenhal, der tschechische Nationalspieler, hat aber auch in der Bundesliga schon viele Gegentore verschuldet. Aber wir werden auch jetzt in der Zeitlupe gleich sehen, da konnte er nichts dazu. Die Innenverteidigung der Hamburger natürlich katastrophal, kein Abseits. Und hier David Rosenhal mit diesem Fauxpas. Ja, Duschel-Kopp war auf links durchgebrochen. Ja, es wird jetzt schon bitter. Also 2 zu 0 nach so kurzer Zeit.